So, da sind wir wieder zurück. Die Dingens ist weg und ich kann jetzt wieder alles aktivieren, was ich aktivieren will. So, da können wir schon mal ein paar Wege setzen hier. Das ist zumindest very easy to traverse. Holz gesammelt. Teil macht er den Asphalt. Dann noch den Gasgeysir. So, gut. Verstückt mich da. Da hätten wir noch einen Steamgeysir. Da hätten wir auch einen Steamgeysir. Das ist noch gar nicht vorher aufgefallen. Ähm. Eigentlich das andere Tierchen. Das ist wieder abgehauen. Das scheint wieder abgehauen zu sein. Die andere komische Katze. Ähm. Sprin? Sprin kocht. Was ist das? Was ist Toxic Meat? Okay. Toxic Meat ist Vanilla Hydra. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das ist mit Toxic Meat zu kochen. Ah, gut. Guck mal hier alles. Was ist denn vor Prisoners? Prison Barracks. Hm. Bungo Kamm. Ah, guck mal. Das ist auch fertig mittlerweile. Kann man an Holz jetzt. Nicht viel, naja. 4,50. Ohohoho. Neun Räume kann ich so machen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Gut. Ähm. Und der Rest. 10. 104. 104 Sandstone. 104 Sandstone. Ähm. Okay. 10. 14. 19. reduce. 14. 15. 31. 44. das ist erstmal alles was sie machen sollen können sich jetzt nur darum kümmern da abbauen noch fertig wieder einmal anfängt hier noch hier noch ein Klasse find something in the wreckage hier ähm 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 Boros Urgent I guess when it was rendered meat is We run it down to extract more Nutrient in the left side and feds. Volumen von so schnell, ah ok. Ja. Wir wollen einfach mal was die so machen. Das machen wir einfach so, da können wir nämlich, ähm, ja da, da Boodle Ja, da kann ich halt ne, kann ich nur sagen was die fressen sollen. Wo ich Klo, was ich mach. Eingänge mit erstmal. Ich glaub das sieht schöner aus. Sieht komisch aus und das ist 1, 2. Ähm, wurde ihm... Ähm. Ähm. Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen, wie es ihm passiert ist. Also nicht. Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen. eigentlich kann er durch sein das geld abbauen da oben das pferd wurde jetzt hier beigebracht zu haulen das fleisch geholt, sehr schön, vielleicht kann der hund fressen komische frigatte, pom pom ist jetzt voller feeling ja und dieser komische hund der ist jetzt natürlich ja, ist wie es ist und silver ist jetzt ne grad viel ein paar arrows ein igua wir equipen das igua in grigory, equipen wir den club jetzt nehm ich hundra mit äh sind wein ja, tuxi glies wie sieht es denn jetzt eigentlich mal aus mit äh äh pflanzen? 6, 0, 2, 0, nie, 0, also grün muss levelen, dass man irgendwann, ähm, dinge zu bekommen äh sehr nice, das ist Theo anyway, sie ist deserted, der army commonwealth of coven has been hunted by low loyalty wie ist die wie ist die die wie ist die увер äh das ist doch fertig so, ein paar lichter angemacht der missbully healt was sieht denn das aus kann sein ist denn kein niveau da, da ist bloß machen wir noch gut type carnivore, kriegt dann dauernds falsche essen das ist doch auf da 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 ich zurück war noch bei den Tunnel Wie sieht es denn hier aus? Ich glaube, was ich mal noch mache. Das weg. Und dann Temperature. Und sowieso. Und sowieso. Und sowieso. Und sowieso. Und sowieso. Mal gucken, wie es alles wirkt. Ich denke, es ist okay. Ja, ich denke, es ist okay. Nisha ist wieder am Raison. Bin ich ja mal gespannt. Hä? Calmed down. Aber es ist trotzdem. Ah, jetzt. Merklich. So. Wir hatten nie vor eine Mauer. Die bleibt natürlich erst mal erhalten. Aber. Was läuft da unten? Wander. 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 Ich muss mich bitte beruhigen. Ja, es wird besser. Es wird besser. Es wird besser, leider. Nur keine Angst. Es wird auf jeden Fall besser. Mauer wird gebaut. ja wir müssten dann auch mal langsam so ein paar räume bauen stört mich eigentlich so eine kandel um und 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 Hm, da ist ein bisschen doof gelaufen hier. Und der Rest muss jetzt auch langsamer fertig werden. Ich wünsche den auch. Ich wünsche den ganzen Tag. Zack, 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 zack. Nein, wir wollen keine Trevelof. Ich habe gelernt, dass die Reine und die Reine ist nebenbei. Ja, hey, bin ich da. Ach, du kümmerst dich direkt. Ja, schön. Die Arbeiten hier zum Beispiel in der Dunkelheit. Der Feld in der... Weiß ich auch. So, noch ein Steam Geysir. So. Ich finde es ja schön, dass das einfach draußen liegen kann. Das ist einfach so ein... Fasten Platz. Und die ist mittlerweile von dort hier. Der hat noch eine Gans. Healing Designer, okay. Luke is now a trait. Und immer Quigory. All den Crew. Noch nicht... 18. Noch nicht mal 8. Aber ja. Ich dachte, dass da noch eins ist. Ich muss immer noch ganz... Ich muss immer noch ganz... Tür reinsetzen und dann hätte ich noch gern ein paar Lüchter. Die Mauer. Jetzt schon wieder los. Ja, das wohne ich. Ähm. Hier in safe temperature, das ist auch in safe temperature. Ja. Okay. Äh, no readable. Ich mach das hier einfach mal. Haben die sich da eingebaut jetzt? Oh, was ist das? Die haben sich wirklich eingebaut ey. Ach Leute. Genau das sollte doch eigentlich nicht mehr vorkommen. Ups. Und dort kann man. Oh, ja, ja, ja. Was ist denn da eigentlich? Ich muss ja Gesicht mitnehmen. Ist zwar ein Schleier, aber es sieht aus wie ein Bart ey, wenn die dort so liegen. Ich muss ja nicht mehr, wenn die dort so liegen. Um. 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 Ne, hierher wollte ich, ähm... Einen Recreation Raum baue ich da, um da ein bisschen was machen können. Den machen wir doch fertig. Eigentlich hier das Problem, nur durch die Lichter bauen oder was? Da geht niemand, äh, äh, ähm... Schauen wir was zu tun. Ja. Schon ausgerastet und die, ach, da war ja direkt im Ding, deswegen Zentrum wollen sie nicht kommen, ja, das verstehe ich. Bleib lieber weg. Oh... 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 Schönen Animal Blick. Ja... Die rechte, äh, Niere zerstört. Schön, Nisha, schön. Sehr, sehr schön. Ähm... Group of Imps have arrived nearby. They will prepare and then attack. Oh, shit. Uiuiui, und Imps sind halt welche, die, äh, äh... Feuer spucken können. Und die Schleuder. Das ist durch. Knife. Äh... Knife. Ein Bogen. Eine Picke. Knife. Ein Bogen. Ein Schwert. Ein Schwert. Ich sag jetzt die, die müssen ja hier lang kommen, dann. Ähm... Das würde ich mal noch planen, sonst fesse ich das. Security. Ähm... Und zwar... Irgend so ein Engpass. Wir machen einfach einen Engpass. Das erste muss das reichen. Froschmürsel. Ein richtiger Ding in Zubau. Ähm... Wir müssen sie dann halt außen rum gehen. Wir müssen sie dann halt außen rum gehen. Es ist nicht по aheadninken. Wir müssen sie überprüfen ja besser. Das war das F superficwiap. The first Job. Ich weiß, ob ich sonst den hole bin. Ah, das ist und wir machen. Und weil ich das��ewinde. und ich recht linkiere. Hier bin ich schon mal jeb. Hier ist jetzt etwas nachillosin. Sind ja, dass ich knapp steht. Das ist отнош time icons ich... Also hierya. gotta eng ausser f..." Meine Indiapekt, wir nehmen die Bundesatura ist unten kurz genteML1 1. virumum hier. Wir können uns das, weil er geht. Na ja jemand die internet nennt werfen irgendwie. Du bist noch eine neueациے. Ichbald würde sehen. Das heißt, die sind ja hier. hier hat nichts konstruktion, hier ist nichts viel hier ist noch konstruktion hier prioritize das zu bauen hier ist die gehölt hier hier und ihr aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an weil die Zeit ist jetzt schon ein bisschen abgelaufen machts gut und bis zur nächsten Folge Ciao